Hallo Leute, heute in Elektro-Technik in 5 Minuten, Kilowatt-Peak, was bedeutet das? Und das wird umgangssprachlich immer ein bisschen falsch verwendet und jetzt möchte ich wirklich mal hier sauber nach der Definition gehen, was ist Kilowatt-Peak und auch anhand einer PV-Anlage uns das Ganze mal angucken, wie sowas aussieht. Also Kilowatt-Peak oder Watt-Peak spielt ja für Spitze und da sind wir schon beim ersten Fehler und zwar das ist nicht die Spitzenleistung eines Solarmoduls. Das ist ganz wichtig, das ist nicht die Spitzenleistung. Laut Definition ist das die Leistung, die das Modul abgeben kann unter standardisierten Bedingungen. Und diese standardisierten Bedingungen sind einmal die Temperatur, einmal der Neigungswinkel und einmal die Strahlungsstärke. Und wenn ihr euch mal so ein Modul anschaut, zum Beispiel jetzt was ich hier habe, dann gucken wir uns jetzt hier mal von der Rückseite an. So und da steht drauf, wenn ihr mal, macht das mal, so. Also jetzt kann man es hoffentlich sehen, das hat hier 150 Watt-Peak, okay, und den Rest könnt ihr euch selber aussuchen. Und jetzt steht hier, All Technical Data Standards Conditioned. AM, für die Leute, die das nicht wissen, was AM, das ist Air-Maß, 1,5, das bedeutet, das ist der Einstrahlungswinkel, das sind 48,2 Grad. Dann E sind hier 1000 Watt pro Quadratmeter und TC sind 25 Grad. Unter diesen Bedingungen, unter diesen standardisierten Bedingungen, die wir hier haben, leistet dieses Modul hier die 150 Watt. Wie das liefern. So, jetzt gehe ich ein bisschen rein, da wird es von der Akustik auch gleich wieder besser. Aber, das bedeutet wieder, dass das ein Maximalwert ist, weil es kommt mit Sicherheit drauf, also wenn ich der Solaranlage noch mehr Strahlung drauf gebe, also nicht 1000 Watt pro Quadratmeter, sondern 1200 Watt pro Quadratmeter, dann komme ich auf mehr Leistung. Und es gibt bestimmt einen anderen Punkt, außer die 25 Grad, wo die Solarzelle effizienter arbeitet, wo sie mehr rausziehen kann. Und deswegen, nochmal, Kilowatt Peak ist nicht die Maximalleistung. In der Regel, Praxis, in der Regel ist es so, das ist die Leistung, was die Solarzelle nie bei uns da im normalen täglichen Gebrauch schaffen wird. Ja, bittere Realität muss man leider ins Auge sehen. Und, ähm, ist aber so, warum? Weil ich den, 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 nie den optimalen Winkel schaffe. Dass der immer genau diese 48 oder, wo halt die Solar, also dass es senkrecht ausgerichtet ist zur Sonne, werde ich in der Praxis nie genau schaffen. Ich werde auch wegen Bewölkung und so weiter nie die, äh, die Solar, die Bestrahlungsstärke schaffen. Werde ich auch nicht schaffen. Und, äh, ja, in der Regel ist es weniger. Aber, jetzt hier mal, endgültige Diskussion. Kilowatt Peak ist nicht die Maximalleistung. Es kommt ähnlich der Maximalleistung, es ist einfach nur ein Vergleichswert. Damit ihr, wenn ihr irgendwo hingeht und was kauft, ungefähr wisst, ja, unter diesen standardisierten Bewegungen kommt diese Leistung raus. So, das war's jetzt hier an dieser Stelle schon wieder. Hoffe, dieses Video hat mal ein bisschen aufgeklärt. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss und auf Wiederschauen. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Hier oben dürft ihr gerne noch abonnieren. Hier geht's weiter mit einem weiteren, coolen, neuen Video. Macht's gut. Tschüss und auf Wiederschauen. .